Wo ist das wirkliche Problem denn jetzt? Ja, wo ist es denn hier und jetzt? Wo ist denn hier und jetzt das wirkliche Problem möglich? Keine Antwort? Denn die Antwort ist höchstwahrscheinlich mit absoluter Prozentigkeit das Ende von dem, der von Problemen lebt. Wirklich? Gibt es ihn wirklich? Kann er wirklich beendet werden? Der, der von Problemen lebt? Also, wo ist das wirkliche Problem jetzt? Keiner weiß es, keiner will es wissen. Oder vielleicht auch? Ja. 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 Ja.